Hallo, Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu Kongas Bedford Day. Ich habe jetzt des Rätsels Lösung gefunden und es ist total simpel und bescheuert. Habe ich das Ding schon hochgefahren? Ja, habe ich. Das Ding muss hochgefahren sein. Wir müssen jetzt ganz einfach davor gehen. Oh, ich bin nur auf der anderen Seite davor gegangen. Hat das hier was zu sagen? Nö. Wann bin ich bescheuert? Aber gut, dieses haben wir jetzt Rätsel jetzt gelöst und wir können jetzt endlich mal weitergehen. Hier richtig schön so ein großes Ei. Dieses Sauri-Ei sieht ein bisschen so aus wie dieses Ei von Links Awakening, wie ich finde. Von Coco Lindt da ganz oben drauf, hier ist es schon. Was ist immer... Oh! Boah, das nenne ich mal Glück im Unglück, Alter. Okay. Ähm, von da kam ich doch gerade, oder nicht? Moment mal. Nee, da kam ich nicht. Schalala, chalala. Wäääh. Gut, gehen wir einfach mal zum Ei. Ich habe noch zwei Leben. Ich glaube, ich werde gleich mal wieder sterben. Einfach nur, weil ich es kann. So, ja, das war jetzt ein bisschen unnötig. Wow, 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 wow. Okay, hier ist irgendwie... Kann nur ganz langsam laufen, irgendwie. Na gut. Gehen wir mal wieder auf seine Platte. Wird aggressiv und schleudert mich hoch. Hoch. Er schleudert mich hoch. Geh, mein Ston. Geh, mein Ston. Ist doch irgendwie weh. Und jetzt brütet Conker das Ei aus. Genau. Ist auch klein. Hallo 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 Gloopy Kein Bock Du Scheiße Oh, okay. Oh, nein. Oh, nein. Oh, hi, lass. Mama. Ja, das ist richtig, ich bin deine Mama. Komm, folge mich. Oh, gut, Mama. Mama, Mama. Mama, Mama, Mama. Whoa, und? Mampf. Bloopy. Pippi. Richtig schön. So, was ist jetzt der richtige Weg? Hello. Eddie, wo? Können wir nicht einfach beide Wege gehen? Obwohl, nee, der Weg unten war auf, das habe ich gesehen. Deswegen gehe ich davon aus, dass der obere jetzt einfach mal zu ist. Gehen wir mal oben lang. Hello. Hello, komm her. So, fress ich mal. Nom, nom, nom. Ja, das ist schön. Komm bitte her. Baby Dino, beeil dich. Das ist so nett, ey. So ein richtiges Blut läuft da noch an seinem Maul runter. Ich habe Angst, dass ich hier gleich in die Lava falle. Komm, 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 komm. Ich hoffe, das war ein Fehler. Oh Gott, Glück gehabt, dass ich nicht daneben gefallen bin. Ich hoffe, malalala. Schralalalala. 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 Gut, haben wir das auch geschafft. Ich weiß nicht, können wir jetzt einfach mit dem Dino da rein, oder? Warte mal, ich lasse ihn nochmal kurz mitkommen. So, und jetzt gehe ich aber mal durch. Ich hoffe, der Dino kommt jetzt mit. Jupp. Hello. Vor allem, der hat eine Windel an. Total scheiße. Okay, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht wieder erschlagen werden. Hello. Hello. So, boing. Luki, komm her. Oh, na. Oh, na, na, na. Oh, nee, jetzt will ich aber nicht sterben hier. Hallo. Komm, bitte, das will ich jetzt aber noch schaffen hier. Mein Hund wälscht wieder. Scheiße. Weil, wenn ich jetzt sterben, muss ich die ganze Fatsch normal machen, glaube ich. Okay. Oh, die Stelle jetzt war scheiße. Mein Hund bellt. Ich hoffe, man hört es nicht so laut. Äh, ja. Da von da noch getroffen. Meine Katze pennen die auch ganz süß. So. Nom, nom, nom. Raus. So, ich hoffe, der kommt jetzt ohne Probleme hier rauf. Komm mal her. Bye, Kuh. Yum, yum. Komm jetzt her. Die ist auch ja präse. Der will wieder runtergehen, glaube ich. Wir müssen, glaube ich, wie war denn das nochmal? Wir müssen mich so ganz weit drauf schicken oder so und dann bleibt das stehen. Bleibt das stehen. Ja. Jetzt müssen wir was ganz Brutales tun und den einfach mal voll zerquetschen. Bye. Das wird interessant sein. Weil er sagt immer Hallo und dann sage ich jetzt Bye. Oh, Alter. Voll gut, Alter. Auch wenn ich jetzt nicht so ganz checke, was das für einen Sinn hatte. Weil sich jetzt das Maul öffnet, aber warum? Da kommt der Typ raus. So, ich gehe auch davon aus, dass ich jetzt voll umgebracht werde gleich. Und, hepp. Im Ernst? Oh. Ich konnte das nicht abschätzen. So, das sollte er aber hoffentlich gespeichert haben. Strennen, da la 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 la. Nein. Oder? Doch, dein Mund ist auf. Gut. Hui. Ich hätte, ich hätte mal hier Schokolade essen sollen. Hier ist doch Schokolade. Ich bin nicht so ein Trottel. Ohne Witz. Oha. Er sah gerade aus, wenn er mich getreten hätte. Aber es war seine Kräude. Hepp. So. Wunderbar. Da ist Money Over hier. Oh, noch so ein Schlaumeier. Komm schon, Nid. Cool. Ich werde das Goldkarte haben, bevor ich ihn weiß. Dann holen wir jetzt noch schnell das Leben. Ich bin natürlich. Wir haben es ja nötig. Wir haben nur sieben Stück. und jetzt sieben leben. Natürlich. Jetzt müssen wir, glaube ich, können wir, müssen wir kurz warten, tun herstellen. Ich nehme es mal hier vor. Warten, bis er seinen komischen Dampf da gemacht hat. Dann reinspringen. Ich erinnere mich hier dann noch. Pfeffer. Wir müssen das bei der anderen Seite auch nochmal machen. Ich bin ganz ehrlich. ich ganz ehrlich bin habe ich keine ahnung was mir das jetzt gebracht hat ich habe nämlich gar nicht aufgepasst also dadurch ist der slime jetzt weg ach so ok wäre es lang gewesen da werden wir doch runtergerutscht jetzt sind sie schön in sein inneres das ist lecker wir werden von den dingern auch erschlagen deswegen müssen wir aufpassen ich weiß gar nicht was der richtige weg ist ich glaube beide führen nach oben deswegen hier haben wir den weil hier nämlich kein wo keine eumel sind keine diese zäpfchen weißt du bist ja aber hey so schnell kann ich mich nicht bewegen das war fies egal hoffentlich ist immer schokolade kommen wir jetzt hin ach ja der ist nämlich gestorben genau jetzt kommt der die stelle okay auch hier bin ich auf die uhr guckt wenn man was jetzt habe ich ein leben verloren freunde doch ich muss die folge wieder beenden oder was war immer ganz kurz sorry freund ich bin gerade voll mit der zeit durcheinander gekommen aber wir haben noch vier minuten kein stress mann so nämlich kann jetzt mit dieser maske die wir aufgesetzt haben da ist ja keine maske aber mit dem mit dem outfit hier mit unserem neuen können wir zurückgehen und was cooles machen mein einer tod da eben war ziemlich unnötig wenn ich ehrlich bin so 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 Uh-oh. Ah, Squishmancer! Oh, du hast mich... Oh, du hast mich geschenkt. Oh, nicht diese Leute wieder. Oh! Oh, ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Okay, diese Rockmonster Leute da oben da. Du magst sie? Ja, ich mag sie auch nicht. Du kannst sie wegnehmen? Ja, sicher. Okay, folge mich. Oh, du hast mich geschenkt. Du hast mich geschenkt. Okay, aber bevor wir das machen, will ich noch mal ganz kurz hier hoch gehen. Um zu gucken, ob vielleicht... Ja, das Leben ist wieder da. Das ist gut. Dann kann ich mir jetzt noch mal eben schnell ein Leben holen. Ich möchte schon fast sagen, ich bin cheatet, aber... Oh, mein Hund, Mann. Mein Hund hat auch irgendwie Aufmerksamkeitsstörung, oder? Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber jetzt als Beta gerade. Wurf, wurf, hör auf, bitte. Please, auf. Oh, ja, hör auf. So, zack. Ja, das war jetzt unnötig. Ich wollte eigentlich springen. Mann, hör auf und... So, die Typen vollen uns nämlich richtig cool. Allerdings ein bisschen blöd in der Birne. Fast schon so blöd wie Pigments. Und deswegen müssen wir echt auf ihr aufpassen, dass die hier keinen Müll bauen. Dass die auch gar nicht irgendwo hängen bleiben jetzt. Ja, balla, balla, balla. Oh, Alter, ganz knapp irgendwie vorbei. So, bitte kommt jetzt hoch, okay? Ohne dass einer runterfällt. Wir brauchen euch nämlich alle. Balla, 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 balla. So, please. Ach, dänne. Ach, dänne. Oh, Mann. Vorher durch die Wand gerade. Hätte mich eigentlich voll getroffen. Oh nein, einer ist weg. Nee, doch nicht. Okay, oben wird's schon verdammt eng Dass sie sich ja nicht gegenseitig runterschubsen Oder so'n Quatsch Aua So, jetzt sind aber alle Typen hinter uns Okay, aber witzig Die Typen greifen uns, glaub ich, immer noch an Oder? Ja Voll bescheuert Egal Kommt her So, komm jetzt bitte durch Bitte Macht jetzt keinen Stress Brauche ich nämlich jetzt nicht Der eine ist so rübergelaufen Der war individuell Wo ist der letzte jetzt? Oh, komm runter Manchmal hasse ich künstliche Intelligenz So, jetzt bitte, ja? Geht einfach durch Ich will auch nichts Böses Klalabala Okay guys, let me have the first pass Und jetzt ist Jetzt geht's erstmal richtig los hier Pass auf, und die Typen kloppen sie Bam Boom Okay, ich würde sagen, diese Massaker Hier gucken wir uns im nächsten Part nochmal genauer an Mein Mund beten nämlich Und sie muss genau in der nächsten Folge wieder Wow Also bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss